Ich habe vor 17 Jahren damit angefangen und das hat mein Leben verändert. Weiter Weg, ich habe ja damals schon CDs auf der Straße verteilt, ich bin 8 Stunden nach Kiel gefahren. Ich hätte wahrscheinlich auch mit 18 direkt aufgehört mit dem Kiffen, weil es halt eigentlich gar nicht meinem Lebensstil entspricht. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Hey, bevor wir loslegen, lass mir ich dir kurz so ein kleines Bild malen. Ja. Stell dir vor, es ist 2013. Irgendwo auf dem letzten Dorf, 30 Kilometer zur nächsten Stadt mitten im Supermarkt, sitzt so ein kleiner Junge. So ein klassischer YouTube-Minecraft-Kiddy, wie die Kinder halt so 2013 waren. Und abends gehen seine Zockerjungs irgendwie offline und der Junge scrollt so ein bisschen an seinem ersten PC mit Internet durch YouTube durch und stößt da auf so einen rappenden Typen, der andere in einem Rap-Turnier super intelligent beleidigt. Mit smarten Zeilen, mit smarten Texten, der Junge versteht nur die Hälfte der Lines, aber findet diesen Sound geil. Einen Sound, den er so irgendwie vorher noch nie gehört hat. Der Typ rappt übers Kiffen und der Junge findet ihn einfach so saukool. Und ab dem Moment ist dieser kleine Junge so völlig on fire und versucht sich alles nur Denkliche reinzuziehen, was er irgendwie über Rap und Hip-Hop findet. Und so hast du mich zum Rap gebracht. Oh Mann, welch Ehre. Green, schön, dass du da bist. Ey, danke für die Einladung. Jetzt elf Jahre später sitzen wir hier. Elf Jahre später, ja. Wahnsinn. Ey, bist du ja einer der Ersten gewesen, weil 2013 bin ich ja selber aus dem Ei geschlüpft. Ah ja, klar. Ich war damals 14, 13? 14. Ne, 12. 12, so ein bisschen drehen. Wahnsinn. Ja, da ist Green entstanden durch diese Battle Rap. Das war immer mein erster Track. Ja, ich hab auch bei Spotify so mal so runtergescrollt, ganz nach unten und auch so festgestellt, ja, da ist auch gar nichts, was ich verpasst hab, ehrlich gesagt. Du hast die ganze Bandbreite mit, genau. Ehrt mich, mein Lieber. Ich freu mich, dass du da bist. Es ehrt mich, dass ich jetzt irgendwie dann trotzdem auch hier mit dir stehen darf. Und dieses ganze Battle Rap Zeug, das ist jetzt schon natürlich ein Weilchen her. Mittlerweile klingst du auch komplett anders. Sagst du, boah, altes Kapitel oder hättest du auch nochmal Bock ein bisschen zu battlen irgendwann? Ach, in mir steckt immer noch so ein bisschen ein Battle Rapper Herz. Auf, natürlich auf, ähm, spaßige, rhetorisch begabte Art und Weise. Ich hab das geliebt, sich auf humorvolle Art und Weise metaphorisch zu beleidigen, find ich einfach genial. Von vielen Leuten da hat man auch irgendwie gar nichts mehr gehört. Viele sind irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Und ich hatte immer das Gefühl, dass du so einer bist, der's da so am allermeisten geschafft hat, so seinen Hype, den's damals um diese ganzen Battle Rap Zeiten gab, so am allermeisten geschafft hat, das irgendwie mitzunehmen und für seine Karriere irgendwie auch zu nutzen. Im bestmöglichen Sinne. Wie würdest du beschreiben, hast du das vielleicht damals geschafft? Ey, ich war so verbissen und ehrgeizig. Bin ich immer noch. Also ich hab halt diesen Idependen-Gedanken sehr weit vor mir hergetragen, aber auch notgedrungen. Also es hat mich nie dafür entschieden, so, boah, ich will das alles alleine, ich will kein Label, will kein Management. Es war notgedrungen. Ein Mannheimer Junge, der nur einen Videografen hat, einen geilen Beat-Produzenten. Und mehr habe ich nicht gebraucht, um meine Kunst zu machen. Und jetzt, zwölf Jahre später, spielst du ausverkaufte Shows in deinem ganzen Bundesrepublik? Bist vor vollen Bühnen? Mega, mega schön. War ein steiniger Weiterweg. Ich hab ja damals so CDs auf der Straße verteilt. Ich bin acht Stunden nach Kiel gefahren mit meinem besten Homie, um vor 20 Leuten auf irgendeinem Stadtfest aufzutreten. Also ich hab mir so den A** aufgerissen. Das war alles vor 2013. Bin aber nach dem Hype von 2013 auch direkt wieder in der Versenkung verschwunden. Also da hatten mich ja wirklich eine Million Menschen auf dem Schirm, damals in der Battle-Rap-Zeit. Hab aber dann halt direkt meinen Sound geändert und hab dann keinen Battle-Rap mehr gemacht, den die Leute aber gewohnt waren. Sondern hab dann halt so das gemacht, was ich schon immer gemacht hab. Tiefgründige, philosophisch angehauchte Texte, wo es um ein positives Mindset geht. Da ging es auch noch nicht ums Kiffen. Von 2013 bis 2018 hab ich nicht einmal übers Kiffen gesungen. Deswegen auch, das wollte ich auch nie mit Green in Verbindung bringen. Green steht für Optimismus, für Hoffnung und am allerwenigsten für das Graut. Eher noch für Naturverbundenheit. Wir nehmen immer von unserem Interviewgast vorher, kriegen wir immer eine Frage gegeben, die wir unserem nächsten Interviewgast stellen. Und du dürftest dann auch für unseren nächsten Interviewgast dir auch gerne wieder eine Frage ausdenken. Und die Frage, die du bekommen hast, ist, ich liebe die Frage, ich find sie toll. Wärst du lieber ein Drache oder ein Krokodil? Oh, ist das geil. Oder? Ja, ganz klar ein Drache. Denke ich mir nämlich auch. Sagt der Krokodil? Ein Drache ist ja wirklich ein Krokodil, nur ein Kuhl. Ja, genau. Ich kann ja fliegen. Also, es gibt ja genauso die Frage, welche Superheldenkraft hast du? Hättest du gerne? Also, meine Superheldenkraft wäre ganz klar, also ich hätte zwei. Die erste wäre, ich hätte die Macht, jeden Menschen mit meiner Sprache zu überzeugen. Ja, okay. Dann würde ich nämlich dann einfach mal zu den Mächtigen der Welt gehen und denen ein bisschen ins Ohr flüstern. Hey, Liebe, Frieden, komm, lass uns aufhören mit der Scheiße. One World. Das wäre so meine, wenn es nicht um mich ginge, wenn es um das Wohle der Menschheit geht, das wäre meine Superheldenkraft, die ich gerne hätte. Aber meine egoistische wäre fliegen. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt nicht fliegen sagst, wäre schon auch... Ich muss fliegen. Also, fliegen finde ich so krass. Du hast es selber schon eben angesprochen, das Kraut. Wie läuft es mit Wurfen? Ganz plain nachgefragt, wie läuft es? Ich habe zwei Jahre Pause gemacht und in den zwei Jahren, also wirklich ein Jahr komplett und dann in dem zweiten Jahr ab und zu habe eine EP geschrieben. Also, sagen wir es mal so, ja, abendlich schon gerne. Also, bei mir war das schon immer eher abendlich, zum Musizieren, zum Entspannen. Ich bin nie der Typ gewesen, der von morgens bis abends daheim unterwegs sein will. Wake and back, aufgewacht. Boah, geht gar nicht. Da ist auch den ganzen Tag im Eimer. Ja, es ist scheiße. Es ist einfach immer noch ein Rauschmittel, das darf man nicht vergessen. Ich finde, ich habe da einen gesunden Umgang mitgefunden. Nüchtern sein bleibt Nummer eins, das halte ich nach oben. Aber abendlich für den... Ich habe es jetzt, wie gesagt, zwei Jahre ausprobiert und ich fand es wunderschön und ich brauche die Scheiße nicht, um glücklich zu sein. Aber dennoch habe ich jetzt gerade wieder eine Phase, wo mir das abendlich relativ gut tut, abzuschalten. Weil mein Kopf, ich bin manchmal, ich habe zu viel Energie. Ich bin so verstreut, ich bin so ein kleines ADHS-Kind. Und das bringt mich einfach ein bisschen runter, abends um 20 Uhr. Was macht es für dich für einen Unterschied, Haien-Songs schreiben? Weil ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag mal, du hast Haien-Songs geschrieben. Oh Gott, mindestens 90 Prozent meiner Tracks sind Haien-Songs. Ja, dachte ich mir. Was macht das für dich einen Unterschied, die 90 Prozent zu den 10 Prozent? Ob du Haien-Tracks schreibst oder nüchtern? Ich muss sagen, dass ich das jetzt auch mittlerweile nicht mehr high mache, seit zwei Jahren, seit dieser großen Pause. Sonst wäre ja zwei Jahre auch nichts gekommen. Das stimmt. Aber ich habe schon, für mich war das immer, ich hätte wahrscheinlich auch mit 18 direkt aufgehört mit dem Kiffen, weil es halt eigentlich gar nicht meinem Lebensstil entspricht. Ich bin kein Hänger, ich bin kein Typ, der in der Wohnung abhängen will. Ich bin ein Typ, ich will raus, ich bin super sportlich, ich verschlinge tausende Bücher und das geht alles high nicht. Und das Einzige, was mir das Cannabis aber gebracht hat, ist diesen unruhigen Abenteuer-Typen, der ich nun mal bin, raus in die Welt und das ganze Leben nüchtern zu betrachten und da so ein high rauszuholen. Zu Hause aber Songs schreiben und sich einzusperren bei schlechtem Wetter in der stickigen Boof und seine Tracks stundenlang denselben Beat zu hören, das hat high einfach, hatte ich mehr Muse dafür. Ich hatte mehr Geduld, weil wenn du high bist, bist du eh nicht raus vor die Tür. Und dann konnte ich mich eher zurückziehen in den Cock-Core und deswegen habe ich Cannabis immer als Werkzeug benutzt. Und mittlerweile ist es so, ich schreibe nüchtern meine Texte und wenn ich den dann geschrieben habe, mache nüchtern Musik. Aber dann um nochmal so das letzte Fünkchen, so wie klingt dieser wunderschöne Track jetzt auf dieser Ebene, wenn ich high bin. Und das dann einfach nur so eine andere Perspektive unsensiert. Das ist ja auch einfach ein Teil deines Lebens. Ja, es bin ich und das ist, bitte, ich sage immer, ich habe auch so viele Lieder, wo ich halt immer explizit auf die Schattenseiten von Cannabis-Konsum hinweise. Ich sage immer, nüchtern sein ist Nummer eins. Nimmt euch mich nicht als Beispiel. Wenn du anfangen würdest, jeden Abend zu kiffen, glaubt mir, du kannst so schnell ein Hänger werden, so schnell kann dein Ehrgeiz flöten gehen. Du bremst dich aus. Ich habe da viele Videos auch dazu gedreht und in meinen Tracks immer thematisiert. Du hast ja jetzt auch noch deine neue EP rausgehauen, Copical Green. Ich glaube, Correct Me If I'm Wrong, letzte Woche? Ja, Freitag. Freitag, ne? Genau vor einer Woche, diese sieben Jahre alte Babys da drauf. Äh, sieben Tage. Ich habe Jahre gesagt, oder? Sieben Tage, ja. Sieben Tage, ja. Ja, die Nummer Rollercoaster. Wir haben Freitags immer das Format, wo wir, also New Music Friday, wo wir quasi morgens in der Morningshow direkt morgens um sechs die neuen Songs vorstellen, hatte ich Rollercoaster mit drin. Geil. Habe mich dann auch morgens dementsprechend durch die ganze EP so ein bisschen durchgehört und fand, diese ganze EP hat mich so unfassbar mit in die Ferne genommen. Oh, geil. Hat mich so mit in, ja, tropisch, tropical, also du weißt, was ich meine. Voll. Hat mich so richtig abgeholt und ich war direkt irgendwie, boah, wieder in meinem Costa Rica Urlaub nach dem Abi irgendwo am Strand. Wie schaffst du das soundmäßig, diese Ferne so da reinzubringen, dieses Tropische, dieses Freie, dieses Warme? Weil ich selber im warmen, heißen, stickigen Berlin verbracht habe den ganzen Sommer und mich so sehr ans Meer, also ich habe halt auch die letzten Jahre immer mal wieder so einen Bus-Trip gemacht mit meiner damaligen Freundin so nach Griechenland gefahren. Das waren die schönsten Zeiten meines Lebens. Geil. Eigenen Fantasie zu diesen Orten zu tragen, in Erinnerung, aber auch in Dinge, also an Orte, an denen ich noch gar nicht war. Wenn deine EP, wenn deine Musik ein Parfum wäre, wie würde das riechen? Oh, süß und fruchtig. Schön, so tropisch, schön, so ein bisschen fruchtig. Wenn dann holzig, dann aber süß Holz. Aber eher, glaube ich, fruchtig, tropisch, süß. Du liest ja auch viele Bücher, ich habe gesehen, du gibst Buchtipps auf Instagram so ein bisschen auch. Ich liebe Bücher. Genau, du bist ja schon auch so ein, ich sage mal, nee, was heißt spirituelles, ich weiß nicht, vielleicht ist das das falsche Wort, aber du liest schon auch jetzt nicht unbedingt den Charlotte-Link-Roman, sondern schon auch Bücher, ich sage mal im weitesten Sinne so zur Selbstoptimierung, zur, genau. Wie bekommst du das als Künstler hin, nicht den Kopf super so vollgeladen zu haben? Nicht mit tausend Dingen irgendwie voll mit, oh Gott, WhatsApp-Nachrichten, das stresst mich alles, oh Gott, da muss ich auf die Bühne, da ist irgendwie hier, bla 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 bla. Du hast einen vollen Terminkalender. Ja. Wie kriegst du das alles irgendwie hin, dass du trotzdem noch genug Platz in deinem Kopf für Kreativität hast, für Musik machen hast, für trotzdem diese gewisse Leichtigkeit. Alles und trotzdem noch Platz hast, bei allem 150 Prozent zu geben. Ja, ich glaube Joggen, mal durch den Wald laufen. Ich jogge seit 17 Jahren und das dreimal in der Woche bis viermal. Also ich habe so eine oberste Regel. Mein Leben lang werde ich Sport machen, weil das meine Verbindung zu meinem Körper ist und wir sind hunderttausend Jahre lang durch die Savanne gerannt und wir sind einfach Läufer. Und ich habe vor 17 Jahren damit angefangen und das hat mein Leben verändert. Ich bin kein Typ, der im Fitnessstudio auf dem Laufband steht, das könnte ich nie. Da halte ich fünf Minuten durch und mir ist so langweilig. Ich liebe es, durch die Natur zu joggen, den Berg rauf zu joggen, rückwärts zu joggen. Also das ist so mein Ruhepol und das, ja, das macht mein Leben stressfrei. Oder ein Buch lesen, das lässt mich dann an Orte fliegen, wo ich alles andere vergesse. Und das, ja, also sich Wissen aneignen, wie gesagt durch Bücher lesen oder sonst was, Dokus schauen und Sport treiben, das ist ein ganz großer Ruhepol in meinem Leben. Oder mit Freunden einfach auch mal abhängen und die Karriere sein lassen und einfach über ganz banale Dinge reden. Das sind die Dinge, die dich runterbringen? Ja, schwimmen gehen, vom Baum springen ins Wasser. I love it. Einfach mit einem Kumpel zusammen gehen wir immer Achterbahn fahren. Oh Mann, wir lieben Achterbahn fahren. Geil! Einfach mehr Kind sein. Ich glaube, das ist das. Handy weg, Handy aus. Wenn das Handy aus ist, dann geht es mir gut. Wirklich. Oh Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt wirklich gerne mal hier ein Abo dalassen, Daumen hoch, lasst einen Kommentar da und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.